Die Heim-EM ist vorbei. Deutschland ist raus. Es ist bitter, es nervt. Und trotzdem hat die Nationalmannschaft etwas geschafft, das unbezahlbar ist. Man kann sich wieder mit ihr identifizieren. Es ist attraktiver und offensiver Fußball, das macht Bock sich anzusehen. Und es sind Spieler, die sich zerreißen. Sie kämpfen, geben alles. Sie zeigen, dass es eine Ehre ist, das Trikot zu tragen und nicht nur eine Pflicht. So ist ja dann auch die Euphorie entstanden. Ey, wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht? Der DFB hat damals den Trainer rausgeworfen. Es war eine Krise und wir alle dachten, okay, das wird eh ein Debakel. Ja, jetzt ist Deutschland im Viertelfinale rausgeflogen. Zu früh, finde ich, weil andere Nationen mit diesem Anti-Fußball weiter sind. Lass uns deshalb mal über die Europameisterschaft aus deutscher Sicht reden. Was war gut? Und was muss sich jetzt noch verbessern? Also, los geht's. Vor der Europameisterschaft hat's oberste Prio gehabt, die deutsche Nationalmannschaft zu stabilisieren. Das hat mit einer Sache geklappt. Und zwar mit Erfahrung. Der Kader war das ziemlich alt. Im Schnitt 28,6 Jahre. Was aber goldrichtig war, denn die Spieler sind sofort eine Hilfe gewesen. Sie wussten, wie hoch der Druck ist und sie konnten damit ziemlich gut umgehen. Um das mal einzuordnen. Keine andere Nation hatte ein so altes Team. Übrigens, zur EM wird's natürlich noch weiter Content geben, unter anderem einen Livestream. Abonniert deshalb gerne den Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. So kriegt ihr dann eine Push-Benachrichtigung aufs Handy. So, starten wir mit der Kaderstruktur. Es hat eine klare Hierarchie gegeben, was schon sehr geholfen hat. Und da sollte man drei Säulen hervorheben. Manuel Neuer, wegen seiner Autorität. Er ist ja am längsten mit dabei, seit 2009. Und ja, er hat seine Aura wieder gehabt. Toni Kroos als Stratege. Er hat dem Spiel Struktur gegeben, weil jeder wusste, sollte man nicht wissen, was zu tun ist, dann gibt einfach ihm den Ball. Und Thomas Müller als Charakter. Er versteht sich mit jedem und bringt so eine gewisse Lockerheit rein. Da muss man echt sagen, gut, dass sie mit dabei gewesen sind. Aber klar, es wäre jetzt unfair, zu sagen, dass es nur an ihnen lag. Um einen homogenen Kader zu haben, braucht man schon mehr. Im Community-Tab habt ihr ganz viele Fragen gestellt, zum Beispiel auch Flaschenkatze. Er hat gefragt, hatte Nagelsmann ähnliche Motivationstricks wie Rangnick mit seinem Karabinerhaken? Ähm, falls ihr nicht wisst, was er da meint. In der Österreich-Analyse habe ich darüber geredet. Checkt das Video gerne ab, oben im i und später in der Endcard ist es verlinkt. Ja, Julian Nagelsmann hat klare Rollen an die Spieler verteilt. Das war nicht seine Idee. Er ließ sich vom Basketball inspirieren. Deutschland ist ja Weltmeister geworden, unter anderem, weil Gordon Herbert schon Monate vor dem Turnier jedem gesagt hatte, was auf ihn zukommt. So eine Ehrlichkeit kommt gut an und da gibt's dann logischerweise mehrere Sichtweisen. Zum einen die der Spieler. Da weiß jeder, was auf ihn zukommt. Welche Rolle hat er? Ist er ein Leader? Ist er ein Arbeiter? Ein Joker? Oder vielleicht doch nur ein Reservist? Thomas Müller hat da den Daumen gehoben und gemeint, das ist eine richtig gute Sache. Zitat. Es ist wichtig, grundsätzlich die erste Idee des Trainers zu kennen, um zu wissen, dass man vorne oder hinten dran ist. Damit die Enttäuschungsmomente nicht eine halbe Stunde vorm Spiel kommen. Ja, das war laut ihm nicht immer so. 2012 und insbesondere 2018 wusste man nicht, woran man ist. Stichwort Leistungsprinzip. Ja, das gab's dann nicht. Und so war dann die Stimmung im Camp nicht so besonders gut. Das ist ja auch im täglichen Miteinander wichtig. Es haben ja einige Jungs ne richtig starke Saison gespielt und vielleicht dann dadurch auch gehofft, öfter zu spielen. Niklas Füllkrug war mit dem BVB im Champions-League-Finale und dort Stammspieler. Er meinte selbst, die Rolle als Joker gar nicht so gut zu kennen, aber er zerriss sich jedes Mal, wenn er ne Chance bekam. Auch der VfB-Block durfte ja kaum spielen. Und für sie war's keine große Überraschung, weil das vorab alles geklärt wurde. Die Enttäuschung hielt sich, so hat's von außen gewirkt, in Grenzen. Zum anderen ist es auch für den Trainer gut. Es ist ja schon mal ne Top-Sache, dass sich Nagelsmann für jeden die nötige Zeit genommen hat, um darüber zu reden, um zu erklären, was die Rolle ist. Er hat in den Gesprächen bestimmt direkt gemerkt, wie die Spieler ticken, akzeptieren sie diese Rolle oder wollen sie mehr und haben keinen Bock drauf. Es würde mich nicht wundern, wenn deshalb zumindest ein Spieler aussortiert wurde, obwohl es sportlich gepasst hätte. Menschlich dafür nicht. Ihr wisst, glaube ich, alle, wen ich meine, oder? Naja, eine Sorge ist beziehungsweise war, oh, der Konkurrenzkampf kann darunter leiden. Nee, die Reservisten wussten ja, sie müssen mehr tun, um ne Chance zu kriegen. Sie haben im Training die Spannung hochgehalten. David Raum ist ja beispielsweise ins Team rotiert. Da wurde gesagt, unter anderem, weil er im Training so Gas gegeben hat. Jetzt, nach der Europameisterschaft hat Nagelsmann mit Tränen in den Augen gesagt, Zitat, Es gab nicht eine Situation, in der ich als Trainer eingreifen und sie an ihre Rolle oder Commitment erinnern musste. Ja, jeder hat seine Rolle akzeptiert, hat das Ego vergessen und gedacht, okay, man muss zusammenhalten, denn wenn einer Ärger macht, bricht alles in sich zusammen. Man muss das mitziehen. Das Ding ist, diese Kaderstruktur ist für ein Turnier, für ne Europameisterschaft perfekt, aber so was klappt halt wahrscheinlich nicht im Alltag. Bei der Nationalmannschaft wird's jetzt einen Umbruch geben, es wird sich einiges an der Hierarchie ändern und so dann auch an den Rollen. Der Konkurrenzkampf muss offen sein, weil man sich ja eh nur fünfmal im Jahr sieht und das sehr fluide ist. Das ist ja völlig normal. Der Teamgeist ist jetzt wirklich elementar gewesen und was man gehört hat, ist, dass es ein richtig gutes Feeling war dort im Camp. Jetzt geht's halt darum, das dann weiter zu haben und das wird auf jeden Fall ne Herausforderung. Die Kollegen von Holy präsentieren heute dieses Video. Die Europameisterschaft ist extrem stressig, meistens arbeite ich nachts, um eben unter anderem die Deutschlandspiele zu analysieren und direkt das Skript zu schreiben. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich da ganz schön müde war. Vor allem so zwischen 3 und 5 Uhr in der Früh war schon heftig und da half mir tatsächlich Holy. Der Energy Drink hat mich gepusht und es funktioniert total simpel, ihn zu mixen. Und das geht auch schnell. Erst 500 Milliliter Wasser in diesen Shaker, dann einen Löffel von dem Pulver rein, gut zuschrauben, schütteln und fertig. Holy hat einen ganz großen Vorteil. Es gibt keine Dosen. Schaut mal, ich zeig euch was. Bei mir im Büro gibt's ne stille Ecke, das hat sich über die letzten Monate angesammelt. Ich hab einfach keine Lust, die Dosen wegzubringen und deshalb liegen die hier rum. Es nervt und das kann ich dann in Zukunft verhindern. Also, danke an Holy für die Kooperation. Ich hab den Energy Drink getestet, find ihn richtig lecker und kann ihn deshalb nur empfehlen. Holy bietet ein Starter-Paket an, damit ihr's auch mal testen könnt. Mit dem Gutschein-Code MANU5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Checkt es gerne mal ab. Unten in der Videobeschreibung ist es verlinkt, klickt da drauf und wir kommen jetzt wieder zurück zur Analyse. Deutschland hat bei der Europameisterschaft auf jeden Fall attraktiven Fußball gespielt. Offensiv riskant und mit dem Ball zum kann man gut mit Zahlen belegen. Die meisten Tore, die zweitmeisten eingeleiteten Angriffe, die drittmeisten Pässe und dann noch die beste Passquote. Trotzdem ist es jetzt schon vorbei. Gegen Spanien, die erste Top-Nation, ist man rausgeflogen. EnemyTV hat sich darüber Gedanken gemacht und gefragt, war das nur ein kurzer Hype und hat Deutschland in Wirklichkeit nicht so gut gespielt? Hatten wir alle die rosa-rote Großbrille auf? So dramatisch würde ich's nicht sehen. Julian Nagelsmann hat sich einen Stil überlegt, bei dem sich die Spieler gut ergänzen und das zeigen können, was sie auszeichnet. Was mir bei ihm so gut gefällt ist, er hat eine Idee im Kopf und weiß, wie er das simpel vermittelt, damit das jeder versteht und dann schnell umsetzen kann. Es gab ja im Training wenig Zeit, um die Dinge umzusetzen und trotzdem wirkt es schon alles ziemlich rund. Da gibt's so ein paar Key-Aspekte im Spiel, die ja sehr deutlich gewesen sind. Punkt 1, der Spielaufbau. Da ist eine klare Struktur und dadurch auch mehr Ruhe drin. Toni Kroos fühlt sich in dieser tieferen Position sehr wohl. Hier ist mal seine Heatmap. Er hat sich oft nach halb links zurückfallen lassen, um das ganze Spiel vor sich zu haben und so dann auch den besten Weg zu finden, wie man das Spiel aufbauen kann. Es ist ein Dreieraufbau zusammen mit den beiden Innenverteidigern und in dieser Szene kann man gut sehen, was die Vorteile sind. A die Überzahl. Wenn jemand anläuft, ist immer die Möglichkeit da, um den Ball hin und her zu passen, ohne wirklich unter Druck zu geraten. B die Passwinkel. Der Ball kann so leichter nach vorne gespielt werden. Man kann auch drei oder vierecke bilden. Und C die Positionstreue. Da Kroos hinten ist, können sich die Außenverteidiger auf ihre wahren Stärken konzentrieren. Sie können offensiver sein und mit angreifen. Früher hat es diese Asymmetrie gegeben, wo einer der Außenverteidiger hinten bleiben musste, um im Dreieraufbau zu helfen. Das funktionierte maximal okay. Bei der EM hat Kroos die meisten deutschen Pässe gespielt. Mit Abstand. Insgesamt 521. Mit Empolo hatte ihn in der Manndeckung. So musste man einen Umweg machen, um ihn anzuspielen. Was natürlich alles verlangsamte. Das zeigt halt auch, Deutschland musste etwas variabler werden. Man war schon krass von ihm abhängig. Wenn er aus dem Spiel war, ratterte es in den Köpfen und sie wussten nicht mehr so richtig, was zu tun ist. Naja, jetzt hat er seine Karriere beendet. Wer sein Nachfolger werden kann, klären wir später. Davor kommen wir noch zu Punkt 2. Das ist das Angriffsdrittel. Das Motto ist ja so breit wie nötig. Die Flügelspieler sollen zentral sein, sprich in den Halbräumen. Flo Wirz und Jamal Musiala wollen beide den Ball im Fuß haben, dribbeln und dann in die Box ziehen. Sie sind wie Magnete. Sie ziehen sich an und ergänzen sich. Das muss man wirklich so sagen. Perfekt. In der Offensive gibt's kein Duo, das so oft kombiniert hat. Allein gegen Spanien gab's insgesamt 12 Pässe zwischen den beiden. Obwohl ja Wirz nur als Joker reinkam. Ja, beide sollen zwar in den Halbräumen sein. Einer links und einer rechts. Ab und zu treffen sie sich aber. Und das sind dann mit Abstand die gefährlichsten Momente. Wie hier. Die Situation ist aus der Verlängerung. Der Angriff über die linke Seite. Wirz und Musiala sind markiert. Schaut allein mal, wie viele sie binden. Achtung Spoiler, mit ihrer Qualität kommen sie da trotzdem durch. Die Idee ist, Musiala passt und startet sofort in die Tiefe. Mit seinem Antritt schüttelt er die beiden Gegner ab. Wirz hat die Ruhe und das Gefühl, um trotz Druck den Ball dann sauber mit der richtigen Schärfe am Gegner vorbei zu passen. Am Ende verpasst Musiala leider den Moment für den Pass in den Rückraum. Dribbelt zu lang und die Flanke landet dann beim Torhüter. Diese Kombi zeigt vor allem zwei Dinge. Die individuelle Qualität. Es ist eigentlich gar kein freier Raum da. Die Spieler stehen ihnen auf den Füßen und trotzdem kriegen sie es irgendwie hin, sich zu befreien. Und der Teamgeist. Allein durch ihre Präsenz sind alle Augen auf sie gerichtet. Hätte man diesen letzten Pass gespielt, wäre der Kollege im Rückraum total frei gewesen, weil keiner auf ihn geachtet hätte. Dank ihnen haben die Kollegen mehr Platz. Die beiden sind in der Kombi am stärksten, was man ja insbesondere gegen Spanien gesehen hat. Musiala hat sich am Anfang noch schwergetan, aber mit Wirz wurde es dann immer besser. Mehr Ballkontrolle im Spiel, sie haben sich gegenseitig gefunden und eigentlich müssen sie immer spielen. Das hat ja bei der Europameisterschaft leider nicht geklappt. Da hat man schon gemerkt, dass beide eine anstrengende Saison in den Knochen hatten. Vor allem Wirz wirkte nicht hundertprozentig fit und brauchte wahrscheinlich dann so eine kleine Pause. In Zukunft sollte der deutsche Stil, finde ich, auf jeden Fall um sie herum aufgebaut werden. Und dann haben wir noch Punkt 3. Die Chancenverwertung. Es fehlt eine klassische Nummer 9 auf Weltklasse Niveau, das ist nichts Neues. Kai Havertz ist deshalb nur eine Notlösung. Naja, seine Bilanz sieht im ersten Moment nicht so besonders gut aus. Zwei Tore bei der EM, aber halt nur per Strafstoß. Aus dem Spiel heraus hatte er zwar einige Chancen, machte aber nix draus. Ob man auf ihn setzen sollte, naja, da gibt's Pro und Kontra. Positiv ist, Havertz ist ständig gefährlich gewesen und damit meine ich jetzt vor allem seine offensiven Laufwege. Er hat die Tiefe attackiert und den Gegner immer wieder gestresst. Er musste darauf reagieren, um dann eben diesen möglichen Ball in die Spitze zu verhindern. Ein Beispiel gegen Spanien in der 20. Minute. Deutschland hat da eine relativ lange Ballbesitzphase. Havertz ist markiert und er wirkt erst mal ziemlich unbeteiligt, bis er merkt, oh, Gündogan ist am Ball und steht offen. Also mit dem Körper nach vorne gerichtet. In dem Moment startet er in die Tiefe, der Pass könnte ja theoretisch kommen. Okay, zum einen hat dadurch Gündogan keinen Druck, weil sich alle nach hinten orientieren. Zum anderen ist dadurch der Pass nach außen möglich, weil mehr freier Raum da ist. Ohne die Hilfe von ihm wäre dieser Pass höchstwahrscheinlich abgefangen worden. Kimmich hat sauviel Platz, kann in Ruhe flanken. Havertz steigt in die Luft, Kopfball, aber halt kläglich vergeben. Was ich damit zeigen will, ist, Havertz reißt Löcher, damit die anderen Angriffe einleiten können. Da gibt's zig Szenen während der EM und das macht ihn so wertvoll, auch wenn er wenige Tore selbst gemacht hat. Negativ ist halt dann wiederum die Torgefahr. Ein Stürmer muss Tore schießen. Das ist so. Havertz hat insbesondere in den K.o. Spielen jedes Mal per Kopf eine hundertprozentige Chance gehabt. Und wo köpft der hin? Ja, genau auf den Torhüter. Das muss man kritisieren, das muss er besser machen. Und da hab ich noch eine Statistik vorbereitet. Die Expected Goals. Die lagen bei ihm bei 4,15. Daraus hat er zwei Tore gemacht, wie gesagt, beide per Strafstoß. Zum Vergleich, Niklas Füllkrug hat einen Wert von 1,56 Expected Goals, dafür hat er aber deutlich effizienter zwei Treffer aus dem Spiel heraus gemacht. Deshalb haben ja auch viele gefordert, dass er starten soll. Er bleibt zentraler, bewegt sich nicht so weiträumig. Gegen Schottland ist Füllereien gekommen, 5 Minuten auf dem Feld und zack, Tor. Gegen die Schweiz hat er immerhin 15 Minuten gebraucht, um den Ausgleich zu schießen. Als Joker hat er halt jedes Mal einen Impuls gebracht und diese Rolle war bei der EM wichtig. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass er gegen Spanien einiges vergeben hat und per Kopf zum Sieg hätte treffen können. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Vielleicht schafft man es ja in Zukunft beide gleichzeitig aufzustellen. Naja, mir hat der Spielstil gut gefallen. Wir müssen uns halt überlegen, woher Deutschland kommt. Es sind dunkle Jahre hinter uns mit völlig uninspirierten Fußball, wo wir uns doch alle gedacht haben, boah, mit diesen Spielern wird das nix. Ne, jetzt können wir sagen, Deutschland hat nur einen klaren Plan gebraucht, wie man nach vorne kommt, ohne zu statisch zu sein. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch die EM so ein Stück weit hinterfragen. Es gibt zwei Ansätze, wie man bei einem Turnier erfolgreich sein kann. Entweder mit Offensivfußball, wo es dann hinten immer wieder brenzlig wird und so ist dann das Risiko natürlich ein bisschen höher rauszufliegen, oder alternativ mit Defensivfußball, mit ekligen Spielen und man gurkt sich dann irgendwie ins Finale. Ganz ehrlich, mir ist dann der deutsche Ansatz lieber mutig sein, nach vorne spielen und schauen, was passiert. Das Gute ist, Julian Nagelsmann ist ein Entwickler. Er ist ein Perfektionist, baut gerne etwas auf und will dann taktisch neue Ideen ausprobieren. Bis jetzt hat er kaum Zeit, da ging's wirklich nur darum, alles zu stabilisieren. Aber wenn jemand mit jungen Spielern etwas aufbauen kann, dann ist er das. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Von daher, ich hab schon Bock auf die nächsten Länderspiele und so dann auch auf die Weltmeisterschaft. Die Europameisterschaft hat gezeigt, Deutschland ist fast wieder ne Top-Nation. Das Projekt heißt ja zurück an die Weltspitze. Und es fehlt schon noch ein bisschen was, um das zu packen. Anton Barth hat gefragt. Inwiefern hat Nagelsmann mit der Startelf und den Wechseln Lotterie gespielt? Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Julian Nagelsmann hat klare Matchpläne. Er glaubt zwar an die eigenen Stärken, passt trotzdem immer wieder Dinge an, je nachdem, wer der Gegner ist. Im Klubfußball ist sowas ganz normal. In der Nationalmannschaft sollte man aber da zumindest ein bisschen vorsichtiger sein, denn der Grund ist simpel, das Fundament ist nicht so stark, eben weil man nicht so oft trainiert und auch nicht eingespielt ist. Deutschland braucht ne feste Achse, und da geht's insbesondere um Zentrum. Ich finde, auf die sollte man kompromisslos setzen und ne Rotation ist schon sehr riskant. Jetzt im Viertelfinale hat man ohne Not die Doppel-Sechs verändert. Emre Can rein, dafür Robert Andrich raus. Die Idee dahinter war, dass man den Keyplayer, Fabian Ruiz, in Manndeckung nehmen wollte, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Dafür musste man weite Wege gehen und Can ist schon derjenige mit nem etwas besseren Antritt. So hätte er dann nonstop dran sein können. Okay. Hat das funktioniert? Nee. Und das ging ja schon in der ersten Minute los. Can flog hin, wollte ein Foul ziehen, was keins war. Spanien nahm sich den Ball, griff exakt durch seinen Sechserraum an und so gab's dann die erste gefährliche Chance. Okay, kann passieren, ist blöd gelaufen, aber das war ja bei weitem nicht die einzige unsichere Szene. Hier, die 36. Minute. Da verpennt es Can zu attackieren. Er bleibt stehen, ist zu passiv, macht keinen Druck. Gegen ne so passlichere Nation wie die Spanier ist das tödlich. Nico Williams läuft im Hintergrund an die Tiefe und kriegt völlig easy den Vertikalpass. Ja, genau diesen Pass hätte man verhindern müssen. Am Ende noch mal Glück gehabt, denn das war ganz knapp abseits. Can hatte Fabian in Manndeckung, dadurch ging hinter ihm immer wieder ein riesiger Raum auf. Da zog Williams rein und so wurde es immer wieder gefährlich. Im Ballbesitz, wiederum, ja, ist Can noch schwächer gewesen. Die Positionierung Mies, so war er oft nicht anspielbar. Die Passqualität war eindimensional. Er hat den Flow aus dem Ballbesitz rausgenommen. Um da mal einen Vergleich zu ziehen. Die Passmap, also wohin die Pässe gegangen sind, in der ersten Hälfte von Can, in der zweiten Hälfte von Andrich. Wenn ihr mich fragt, hat im Zentrum schon die Kontrolle gefehlt, weil da nie wirklich gut kombiniert werden konnte. Das wurde dann deutlich besser, als Can so hart es klingt, draußen war. Da will ich aber nicht nur von ihm die Schuld geben. Genau das kann man ja auch von ihm erwarten. Am Ball ist er schwach, ohne Ball okay. Der Matchplan ist falsch gewesen. Deutschland hat auf Chaos gesetzt. Ballbesitz mit hohem Gegenpressing, dann viel Tempo in die Tiefe. Deshalb sind ja auch Sané und Raum in der Startelf gestanden. Aber dadurch fehlte halt die Kontrolle. Deshalb ist mein Take, Deutschland hat die erste Halbzeit vercoacht. Nagelsmann muss man aber positiv anrechnen. Er bleibt nicht nur stur bei seiner Idee, sondern überprüft diesen Plan und korrigiert ihn. Trotzdem muss er, finde ich, pragmatischer werden. Der Unterschied vom Spielerprofil Andrich Can ist zumindest defensiv marginal. Im Zweifel ist da in der heißen K.o.-Phase in so einem Topspiel die eingespielte Variante deutlich besser. Wieso er da plötzlich experimentiert hat, ganz ehrlich, ich hab's nicht verstanden. Na klar, die Tore sind dann erst in der zweiten Hälfte gefallen. Und ja, beim ersten hätte Andrich aus der Kette rücken müssen, um den Rückraum abzudecken. Ich weiß, trotzdem hat er dem Spiel deutlich mehr gegeben als Can davor. Es ist bei Nagelsmann vielleicht auch ein Prozess. Im Kopf ist er noch ein Klubtrainer und so handelt er. So kann dann halt auch mal ein Fehler passieren. Die restliche Europameisterschaft ist er ja ziemlich gut gewesen. Da hat er viele Dinge richtig gemacht. Zum Beispiel die Wechsel. Die Matchpläne kann er auf den Spielverlauf immer wieder gut anpassen. Das klappt natürlich nur, wenn im Kader verschiedene Spielertypen sind. Auch das muss man positiv hervorheben. So kriegt man dann immer wieder neue Impulse. Es ist gegen die Schweiz zum Beispiel einmal sehr eng geworden. Die Lösung war dann ein 4-4-2 mit David Raum und Leroy Sané als Joker. Die sollten das Spiel breit und tief machen, um den Gegner dann zu stressen. Das hat geklappt. Das Tor ist dann eine Flanke von David Raum auf Niklas Füllkrug, zwei Joker und ja. Dazu hat er ein gutes Gefühl gehabt, was die Spieler brauchen. Auch hier ein Beispiel gegen die Schweiz. Jonathan Tah hat die zweite gelbe Karte gekriegt, sprich, er war im nächsten Spiel gesperrt. Damit sich sein Ersatz Nico Schlotterbeck einspielen kann und es kein Kaltstart wird, wurde er dann direkt eingewechselt. Die Pläne sind schon jeweils nachvollziehbar gewesen. Um es auf den Punkt zu bringen. Die Stammelf hätte das volle Vertrauen kriegen sollen. Ja, mit taktischen Anpassungen, aber ohne das Gerüst zu verändern. Da muss man so selbstbewusst sein und sagen, ey, die sind gut genug, egal was ist. Den Matchplan hätte man später noch anpassen können, je nachdem wie der Spielverlauf ist. Diese ist Nagelsmann dann, finde ich, zu Verkopf drangegangen. Und dieses Experiment hat mehr geschadet als geholfen. Jetzt sollten wir noch über die Zukunft reden. Montes fragt, wer sollte vom älteren Semester aufhören und wie kann man sie ersetzen? Taktisch und persönlich mit Hinblick auf die WM 2026. So eine Heim-EM ist doch der perfekte Abschluss der Karriere. Ja, zum Titel hat's nicht gereicht. Das ist eine kleine Enttäuschung. Und trotzdem, die Euphorie, die Stimmung und wie plötzlich so ein ganzes Land wieder vereint ist. Das ist schon geil. Julian Nagelsmann hat angekündigt, dass er den Kader verjüngen wird und es deshalb Änderungen gibt. Gehen wir die doch mal durch. Beziehungsweise die einzelnen Positionen. Der Torhüter. Manuel Neuer ist 38 Jahre alt. Seine Zeit sollte vorbei sein und der Nachfolger wird wahrscheinlich an seiner Prime gemessen. Das ist brutal, vielleicht auch ein bisschen unfair. Und deshalb muss man sich überlegen, okay, wer hält das aus? Da gibt's zwei Wege. Entweder einen Keeper aufbauen, der ein knappes Jahrzehnt die Nummer eins sein kann. Oder den Keeper belohnen, der treu und ohne groß zu meckern der Ersatz gewesen ist, beziehungsweise seit einer gefühlten Ewigkeit auf seine Chance wartet. Ich hab da zwei im Kopf, die passen könnten. Marc-André Ter Stegen logischerweise, der bei Barca wirklich seit vielen Jahren überzeugt. Oder Alex Nübel, der beim VfB eine überragende Saison hatte, aber das jetzt noch bestätigen muss. Da zum Vergleich die Post-Shot-Expected Goals. Das ist, wenn man so will, die ehrlichste Torhüter-Statistik, die es gibt. Die Werte sind jeweils aus den letzten beiden Saisons. Minus heißt, dass man mehr Tore kassiert hat als statistisch erwartet. Plus heißt, dass man ja doch einige wirklich brutale Paraden hatte. Das alleine reicht aber nicht für eine faire Bewertung. Nübel passt rein vom spielerischen Stil am Ball, denke ich, ein bisschen besser zum deutschen Spiel. Denn er kriegt's besser hin, das Spiel dann auch flach zu eröffnen. Meine Idee wäre ein offener Konkurrenzkampf. Jeder kriegt eine faire Chance, darf sich beweisen. Wer sich besser macht, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein, darf dann ins Tor. Das wäre fair, statt wieder zu schnell zu sagen, du bist die Nummer eins. Dann haben wir das zentrale Mittelfeld. Toni Kroos hat seine Karriere beendet. Er hat den Rhythmus vorgegeben, das Spiel gelenkt. Das wird man so eins zu eins nicht ersetzen können. Der Spielaufbau muss variabler werden. Wahrscheinlich muss sich einer der Zehner öfter mal zurückfallen lassen, um sich den Ball zu holen. Oder der Sechser muss dann andribbeln und ihn nach vorne bringen. Trotzdem gibt's einige Jungs, die spannend sind. Alex Pavlovic hätte bei der EM herangeführt werden können, das war der ursprüngliche Plan. Er war krank, hatte einen Infekt und wurde nach Hause geschickt. Beim FC Bayern hat er den tiefen Aufbau immer wieder gestartet. Am besten war er mit einem physischen Abräumer neben sich. Vielleicht ist das sogar die Chance für ein Comeback von Leon Goretzka in der Nationalmannschaft. Oder Angelo Stiller. Ihm traue ich sogar zu, diesen abkippenden Part zu übernehmen, um dann den Aufbau in der Dreierkette zu starten. Er ist schon enorm intelligent, kommt ja auch aus der Münchner Schule, sah bei den Bayern aber keine Perspektive. Auf jeden Fall hat Deutschland genug Spieler, die eine gute Passsicherheit haben. Da mache ich mir keine Sorgen. Es wird halt ein bisschen dauern, bis das alles klappt. Die Jungs müssen in die Rolle wachsen. Aber da sollte schon eher ein Talent eine Chance kriegen und nicht zum Beispiel ein Pascal Groß, der auch bald Mitte 30 ist. Bei allem nötigem Respekt. Es muss jetzt was aufgebaut werden und so eine Notlösung, die bringt nichts. Dann haben wir den Spielmacher. Ilkay Gündogan ist 33 Jahre alt, hat dazu bald Geburtstag und deshalb ist es schon gut möglich, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Er hat als Kapitän vor allem menschlich geholfen und er ist ein total sympathischer Typ. Aber sportlich finde ich ihn ersetzbar. Es gibt halt genug Jungs, die den Ball am Fuß haben wollen und gestalten können. Auf der zentralen Zehnerposition hätte ich gerne jemanden mit einem etwas anderen Profil und das ist Kai Havertz. Er ist ja auch aus einer tieferen Position gefährlich und kann da in die Tiefe sprinten. Dazu geht er gerne weite Wege, ab und zu ist er links, dann wieder rechts. Er taucht überall mal auf und aus der Position kann man das sogar besser machen, weil es einen Mittelstürmer zusätzlich noch gibt, der dann im Zentrum wartet. Gegen Spanien haben sie es ja am Ende ähnlich gemacht. Füllkrug als klassische Nummer 9, Havertz ja so ein bisschen dahinter. Er kann um den Stürmer herumwirbeln, Chaos stiften und dann auch mal in die Box ziehen, um da ne Präsenz zu haben. Das will ich auf jeden Fall in Zukunft dann mal ein bisschen öfter sehen. Was mir ja am meisten Sorgen macht, ist dann die Leader-Position. Es wird durch den Umbruch die Hierarchie verändert. Das sollte klar sein, wenn diese Stars nicht mehr da sind, wer übernimmt ihre Rolle? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist ja in der Nationalmannschaft vor einiger Zeit schon ein Problem gewesen. Julian Nagelsmann hat in München ne enge Bindung zu Joshua Kimmich gehabt. Jetzt bei der EM hat er als Rechtsverteidiger richtig abgeliefert. Für mich war er gegen Spanien der Man of the Match. Aber erinnert euch mal an die Weltmeisterschaft und wie er da in der Doku mit den Mitspielern umgegangen ist. Ja, zumindest von außen wirkt's so, als ob er ne eher negative Ausstrahlung hat und man bräuchte genau das Gegenteil. Eigentlich müsste man sagen, es muss jemand Neues in diese Rolle wachsen. Das dauert, man muss Geduld haben, aber beim letzten Mal hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Unter anderem deshalb mussten ja die ganzen Allstars zurückkommen. Frage an euch, wem traut ihr diese Rolle zu? Wer sollte vielleicht dann auch in Zukunft der Kapitän werden? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Am wichtigsten ist, Deutschland braucht ein sportliches Konzept, das zu den Stärken der einzelnen Spieler passt. Da hab ich aber vollstes Vertrauen, weil das jetzt bei der Europameisterschaft so gut funktioniert hat. Die WM 2026 ist das nächste große Ziel. Deutschland will Weltmeister werden und um das zu packen, muss ich noch einiges tun. Trotzdem, der DFB macht vieles gerade richtig gut und so kann man sich dann wieder mit der Nationalmannschaft identifizieren. Deshalb würd ich sagen, die Europameisterschaft ist ein Erfolg gewesen und vor allem auch, was das ganze Drumherum angeht, besser als erwartet. So, mein Geheimfavorit ist ja Österreich gewesen und das Austausch hat extrem wehgetan. Ich bin ja auch im Stadion gewesen. Ich hab die EM analysiert. Hier ist das Video, das ist am Freitag durch das Deutschlandspiel natürlich völlig untergegangen. Checkt es deshalb jetzt noch gerne ab und sorry, dass dieses Video so spät gekommen ist. Ich hab am Wochenende viel für WWE gearbeitet, hab zwei Shows kommentiert, da war der volle Fokus drauf. Jetzt geht's aber dann in die Crunch-Time bei der Europameisterschaft. Von daher haut rein, wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Analyse. Also, ciao!